moin leute wir sind ja hier stehen geblieben bei der vorletzten folge eine verletzte folge das ist zwei tage her also ich glaube wir wollten hier weiterfahren ja ich glaube ich wollte wieder nach oben gehen um mir etwas zu kraften ja die medium stone wenn ich ja ja ich mach das hier weiter ich suche noch ein bisschen eisen kannst du diesen wasserfall gerade ausmachen geht nicht von stein hinsetzen ich mache ich schon aus jetzt da ich überlege mir gerade von wo ich noch mal hochgekommen bin oder wo du was gemacht hast du leckst wieder von wo ich hochgekommen bin doch ein bisschen wasserfall weg ist kommt du auch mal lieber weil du gar nichts essen hast drei steaks reicht er weiß jetzt diamanten finden alter hoch das ist ja noch mehr gold gefunden noch mehr gut 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 naja die ganzen sachen gehen jetzt erst mal auf die rüstung und so hin die ganzen eisen sachen eisenteile ja sagen wir mal hier wieder hin und den rest auch noch hier rein mal gucken ob noch was denn der kopf ist ein lager ne konnten bei der mine kannst machen natürlich bei koffer der blanzer ich bin geil diamanten dein ernst ja ich wollte diesen koffer der berein machen wie viele sein daga einbauen für die das waren wir abbauen oder noch nicht abbauen ich denke wenn wir glück haben das besser wollen ja eh wohl versucht drei zu kriegen nein so viel ich denke mal das bekommst du zwei raus lass lieber bis wir glück haben medium stone acht medium scherben mit einem gold stone und kann ich auch gerade machen kann man schon mal die anfänge des mediums sonst machen hat die mache ich dann mal weg und dann manchmal das hier rein die dorfbewohner nerven mich bitte kann ich töten neun das reicht mir das muss ich noch table und so machen zeige ich euch direkt wie das geht dann braucht ihr ein paar stück müssen reichen jetzt eigentlich die sachen und den table braucht ihr so drei stück braucht man davon so werden die kraftet und jetzt brauchen wir noch eine sache die macht man so so hey ah da so und dann brauchen wir noch was anderes das ist ein wo ist das teil hin kasten das ist so ein ja so ein ding das ähm damit man was machen kann mal so gesagt ach das mache ich mir dann mal später jetzt erst mal mache ich mal was schon mal zum anfang damit wir ein buch haben da können wir auch direkt gucken wie der gemacht wird so und das buch so dann gucken wir direkt mal wie das hier gemacht wird ah mit einer glasflasche auch noch also brauchen wir noch glas so so werden die tables gemacht so 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 dann einmal so so verdammt jetzt muss ich mal ein bisschen achten ich brauche nämlich jetzt eine Spitzacke so schon wieder zehn minuten um ne zehn minuten schon wow ja das geht schnell so 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 schon mal so ein teil damit wir so jetzt das muss ich noch für den anderen helmen machen und für mich dann noch eine axt äh hier pickaxe so dann mache ich hier mal bei dem reinlegen da hatte ich schon mal eine ganze rüstung jetzt geht das hier wieder raus gut so so das kommt jetzt hier hin der da kommt da hin jetzt muss ich noch schnell drei glas brennen also sand sand kommt schon eins der drei dann brauche ich dann brauche ich einen davon und wo ist die Feder wo ist die Feder da wenn das jetzt noch richtig ist mit der Feder und so hier oben mit der Feder und das gut 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 cool ja das sind noch zu viele Seiten dann müsste komisch so sind die jetzt fertig ja gut so dann so so und so jetzt haben wir schon mal ein paar Teile für den für das verzaubern fertig bam so ein Table bekommt man dann und dann brauchen wir auch noch Papier also noch ein bisschen Zuckerrohr aber nicht alles doch alles verschwenden wir können ja immer Zuckerrohr finden so dann hier mache ich schon mal die erste Sache davon muss auch gleich nach oben kommen ich habe keine Fakern mehr ok dann komm nach oben können wir auch direkt danach die Folge beenden nein doch wenn ich hier oben bin beenden wir die Folge ja ja mein ich ja so dann haben wir schon mal so ich kann aber noch nichts machen weil wir wir einteilen und ich haben ja um das zu herzustellen wie viel eisen hast du 41 41 eisen sollen wir nur noch brennen so gut läuft bei uns das gehört dem hier rein ähm schild damit er das weiß bist du schon bei mir was bist du bei mir was bei dir bist du bei mir so so mach ich mir noch ein paar Werkzeuge geil sind Truhen ist eine Truhe bei mir ok dann komm aber bist du jetzt oben dann komm ich drück grad Müll rein ich hab schon 19 Level ich suche ein paar wie viel Minimum Scherben hast du schon was Minimum Scherben wie viel hast du davon was sind für Scherben so rote Scherben wenn du so ein Mob tötest dass du die dann bekommst gar keine ok ich hab ne weiße Scherben so so füllen wir mal dem noch ein bisschen Essen rein so ich hab auch schon etwas fünf Stück haben wir erst Mist so aber die Folge ist in paar Minuten schon rum ja genau boah ich hab keinen Platz ich muss glaube ich gleich nochmal ne auf einfach nicht äh Spitzsack Stein Spitzsack weswegen um nach oben zu kommen oder was warum nicht nein weil im Dings da ich kann gar nicht mehr so viel Platz hatte so hier ist noch unser Gang runter zu der anderen Mine ja ich hab den Weg wieder rausgefunden gut du hast aber auch noch ein bisschen Zeit wir haben also noch ein paar Minuten die Eisenspitzsack ist fast verbraucht also ich hab so viel Ärzte gesammelt ja du kannst aber auch ein paar noch mit ähm ganzen Malerspitzsack abbauen ne ich sag nicht los boah da sieht man gerade im Moment alles ist gar nicht gut wie man sieht alles bei mir ladet die Landschaft gerade irgendwie nicht ganz da ist ne Spinne oder zwei ah Lenato ist da mhm Peace Wtf Wtf Jo da ist der Kuiper gerade explodiert aber noch weit weg von unserer Landschaft hä er hatte Probleme ja beim einloggen oder so verdammt verdammt ich habe keinen Bock zu sterben alter bist du oben? denkst du ich? ja bei mir ich habe gerade noch nicht gereikt weil ich nicht mehr genügend Essen habe ich schaue erst ab ich geh nach oben nach Hause ne ja dann ist die Aufnahme auch schon vorbei wenn ich wenn ich zu Hause bin aber ich habe keine Fackeln mehr mach dir keiner mehr Minium Scherben oder was? du bist gerade genau unter mir wie bitte? ich suche die ganze Zeit Mobs um Minium Scherben zu finden ja ja wie soll na da wie hast du dich denn hier runter gebaut? soll ich kommen? hä? ne ne brauchst nicht du kannst doch hier wenn du die Spinne hier tötest ja egal ich kann Bock auf die Spinne da ist ein Skelett der hat mich aber auch schon erkannt verdammt Alter ich verliere die ganze Zeit was runter ich finde die kriegen die machen keines Minium Scherben mehr verdammt wir bräuchten noch zwei Stück da könnten wir uns Minium Scherben Teil machen da könnten wir uns Lockadiers holen echt jetzt? wir brauchen noch übelst viel Eisenfarm ja Eisen hab ich ja jetzt genug so acht Stück so warte was musst du nochmal finden? Minium Scherben dafür muss ich Viecher töten wie heißen die Sachen? ähm das sind so rote ähm rote ähm rote also so Art Herzen sehen die aus nö hab ich nicht haben wir nicht gesehen da ist auch ne Spinner hä? so ich bin im Haus ne? ja ich sehs ich hab guck was ich hier alles gefarmt hat tue ich meist in die Tore hier hm ich komm gerade äh was denn für Emo? achso verdammt alter keine Minium Scherbe alter keine Minium Scherbe alter wollen die mich alle veräppeln wollen wir jetzt nicht lieber ins Haus? und Aachen aber beenden? schon Zeit ähm ja ja gleich ich mach nur noch kurz den Kyper töten der hat auch nix gegeben was ist das denn alter? hm? ja ich guck mir jetzt gerade an was du erfarmt hast warte hier warte warte mal kurz hier bisschen Steak Kisten achso achso ist die schon voll ja das ist gut das ist auch noch besser ja dann crafte doch ein paar Kisten was hab ich denn grad vor mach aber schnell die Folge ist eigentlich jetzt schon zu Ende warten aber noch bis Rising fertig ist und wir legen uns dann wieder ins Bett oder? ich hab keinen Platz mehr für die Achter hier oben einfach mal hier hinstellen dann ins Bett und dann können wir weil er hat das Stück gerade noch weist noch ein oh ich bin so schlau muss hier oben was frei sein bist du jetzt fertig? mhm zu wem schreibst du das? zu wem wohl? jetzt komm jo leute dann bis zum nächsten mal tschau tschüss